Hallo liebe Freunde aus Nahempferd, liebe Brautpaare, ihr plant eure Hochzeit auf der schönen Insel Röden hier im Ostseebad Binz und wollt direkt am Meer heiraten hier im Mütterturm, im Rettungsturm, dem Außenstandort des Standesamtlitz Binz und seid noch auf der Suche nach einem Hochzeitsfotografen, dann ruft mich an, greift zum Hörer, ich freue mich auf euch und bin gerne an der Seite bei der standesamtlichen Trauung hier direkt am Meer und führe dann mit euch hier am Ostseestrand und auf der Seebrücke ein Brautpaar-Schuling durch Ich mache euch gerne ein unverbindliches Angebot, klickt ganz einfach hier unten auf den Link und ihr gelangt zu meiner Homepage, tragt die nötigen Informationen ein und ich werde mich dann umgehen bei euch melden Ich wünsche euch gerne eine stressfreie Hochzeitsplanung, liebe Grüße hier von der Insel Rügen